Soweit. Wunderbar. Dann machen wir das gleiche für den jungen Herren. Geräuschemacher ist erstmal ein sehr alter Beruf, den gibt es ja schon seit über 100 Jahren und hat sich eigentlich vom Handwerk her nicht sehr stark verändert. Die technischen Voraussetzungen drum herum haben sich sehr verändert, also die Aufnahmeformate und so, das ist alles anders geworden. Aber das ist ein Beruf, wo wir mit Händen und mit Füßen Töne und Geräusche herstellen, die für Filme oder gelegentlich auch für Hörspiele gebraucht werden. Foley Artist ist die englische Bezeichnung für Geräuschemacher. Der Name kommt von einem Menschen, der so hieß, in den 20er Jahren gab es in Amerika einen berühmten Geräuschemacher, der hieß Jack Donovan Foley und nachdem es diesen Beruf vorher in Amerika so nicht gab, haben sie sich gedacht, wie nennen wir denn das, was der da macht? Und dann haben sie gesagt, naja, das ist halt der Foley und dann gibt es die Foley Stage. Das war die Halle, wo der Jack Foley die Geräusche gemacht hat. Und so ist dann irgendwann mal das Wort zum Foley Artist geworden, also zu Ehren von diesem Menschen. Ich schaue mir den Film an. Dann bekomme ich eine Anforderungsliste oder einen Wunsch vom Sounddesign oder vom Regisseur oder vom Mischtonmeister. Die Leute, die den Film auch bearbeiten, die zu mir sagen, wir brauchen dieses und jenes. Dann höre ich mir den Originalton an, merke dann selber, da ist der Ton nicht so gut, da kann man was machen. Oft ist es so, dass Filme auch synchronisiert werden. Dann brauchen die natürlich an den Stellen, wo synchronisiert wird, den kompletten Ton. Dann muss ich dann alles nachmachen, damit man synchronisieren kann. Und dann komme ich ins Studio, bereite mich vor, bringe vielleicht ein paar Materialien mit. Eigentlich liegt, wie man ja auch im Studio dann sieht, fast schon alles rum. Wir haben ein riesiges Lager im Studio und am Studio dran auch. Und dann geht man Szene für Szene den Film durch und er wird stückweise vertont. Also das gibt ganz viele verschiedene Spuren, bis so eine Szene letztendlich fertig ist. Dann machen wir die Füße vom Mann. Ja, klingt gut. Und läuft. Danke. Okay. Dann mach der junge Mann. Machen wir den Jungen. Den mache ich ein bisschen härter, weil der so nah ist. Ja, und läuft. Na, das war er noch nicht genau. Noch mal. Noch langsamer, gell? Der Spurspieler mache ich. Mhm. Ja. Ja. Die größte Herausforderung beim Geräuschemachen ist eigentlich die Präzision in der Bewegung und die Präzision im Klang. Das heißt, ein guter Geräuschemacher darf nicht auffallen. Also wenn ich Töne mache und man merkt irgendwie, ah, das hat der Geräuschemacher gemacht, dann ist es schlecht. Also die größte Herausforderung ist eigentlich unscheinbar zu bleiben und trotzdem gut zu klingen und präzise zu sein. Und das ist relativ schwierig, weil man macht, ich weiß es auch, in meiner Anfangszeit ging es erstmal darum, überhaupt eine Figur synchron zu laufen. Dann ist man endlich mal synchron. Dann sitzt jemand draußen, dann sitzt der Tonmeister draußen, drückt den Knopf, also das Talkback und sagt zu mir, ja, das war jetzt ganz gut von der Rhythmik, aber der Klang ist nicht so schön. Machen wir es nochmal. Dann konzentriert man sich auf den Klang und dann drückt er wieder das Knopf und sagt, das klingt jetzt schon gar nicht so schlecht, aber jetzt ist es total asynchron. Und das ist sozusagen, das Schwierige ist einfach im richtigen Timing, den richtigen Ton zu treffen. Machen wir die Pfeife. Gerne. Genau. Ja. 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 Gut. Oder war es ein bisschen zu viel geklappt? Kannst du es gerne nochmal machen? Immer ein bisschen kürzer vielleicht. Ja. Okay. Gut. Ja. Man nimmt die Geräusche selbstverständlich beim Filmen mit auf. Oft ist es aber so, dass, also in erster Linie ist natürlich die Sprachverständlichkeit bei einem Film das Wichtigste. Das heißt, alle Geräusche, die stören würden, die die Sprachverständlichkeit stören würden, die werden versucht am Set, also die werden vermieden am Set. Das heißt, zum Beispiel, wenn jemand einen lauten Schuh hat oder eine hochhackiges, eine Dame einen hochhackigen Schuh hat, dann wird der abgeklebt mit Filz oder mit Gummi, damit der nicht so laut ballert, damit er die Sprache nicht stört. Dann kommt diese Szene zu uns ins Studio und wir machen die hochhackigen Schuhe wieder drauf. Das ist ein Grund. Andere Gründe gibt es vielleicht muss eine Szene synchronisiert werden, weil ein Störgeräusch aufgetreten ist. Zum Beispiel, der Film spielt im Mittelalter und plötzlich fliegt der Hubschrauber drüber. Dann wird die Szene hart gut ausgeschaut, die bleibt, also muss aber synchronisiert werden. Das heißt, auch dann werden die Geräusche nachgemacht. Oder eben manche Geräusche klingen nicht so spektakulär oder prominent, wie man sie gerne hätte. Also der Klassiker ist, der Bösewicht hat eine Lederjacke an und die Lederjacke, die knarzt natürlich am Set nicht, weil der wird ja total nervig sein. Und dann macht man das in der Nachbearbeitung nach. Oder zum Beispiel einen Schlag ins Gesicht. Also jeder, der schon mal einen Schlag ins Gesicht bekommen hat, weiß, das klingt nicht so, wie es im Film tut. Aber wir wollen halt, dass es knallt. Also es gibt so eine Klang- oder Hörerwartung und die muss bedient werden. Und deshalb muss man Geräusche nachmachen. Foley-Artist bzw. Geräuschemacher wird man eigentlich nur in einem Meisterschüler-Verhältnis. Also es gibt keine Schule, es gibt keine Ausbildung. Man muss das Geräuschemachen von einem alten, erfahrenen Geräuschemacher lernen. Am besten in dessen Studio. Bei mir war das so, ich habe vor 20 Jahren einen Geräuschemacher kennengelernt. Ich war vorher Musiker und Tontechniker. Das ist auf jeden Fall eine gute Voraussetzung, um Geräuschemacher zu werden. Und war bei diesem Geräuschemacher dann dreieinhalb, vier Jahre Assistent. Jetzt habe ich noch ein paar Klassiker der Geräuschemacher-Kunst vorbereitet. Das ist zum Beispiel das eine sind Schritte im Schnee. Das gibt es schon ziemlich lang. Dazu habe ich hier so verschiedene Beutel. Die sind zum einen mit Speisestärke gefüllt, die knirscht. Und das ist ein Beutel, da ist einfach nur Streusand drin, damit es ein bisschen crisper wird, weil der Schnee hat ja verschiedene Konsistenzen. Da kann ich jetzt zum Beispiel mal machen, dass ich stumpfer Schritte im Schnee nachmachen. Dann will ich noch ein Werkzeug vorführen. Das ist ein so genannter Knarzer. Ich lege das auf den Resonanzboden. Kann jetzt auch, wenn ich da zum Beispiel nochmal rumschraube, kann das auch ganz locker machen. Dann ist es wie ein kleiner, alter Küchenkasten. Genau. Dann gibt es noch etwas, das macht man heutzutage eigentlich auch nicht mehr als Geräuschemacher, außer manchmal als Addition zu einem Archivgeräusch oder zu dem Originalton dazu. Das ist das Knistern von Feuer. Also Feuer besteht ja im Prinzip aus drei Elementen. Einmal aus einem Knistern, dann aus einem Knacken, wenn die Hölzer springen. Und dann aus dem Lodern kann ich natürlich verschiedene Lodersachen. Und früher saßen die Geräuschemacher dann tatsächlich im Studio und haben dann so Lagerfeuer gemacht. Der Assistent saß dann daneben und hat dann zwischendrin so Knacker reingekaut. Und sowas kommt heutzutage tatsächlich aus dem Archiv, was so fetter klingt. Aber wir machen relativ oft, wenn in dem Feuer was passiert, also wenn ein kleines Objekt runterfällt oder kurz mal der Wind hineinfährt und es lodert auf, das Archivgeräusch passt ja dann nicht so genau drauf, dann machen wir sowas schon dazu und mischen das mit dem Originalgeräusch oder eben mit dem Archivton und dann ist das einfach wieder synchroner zum Bild. Und jetzt hätte ich zum Abschluss noch eins meiner Lieblingsgeräusche und auch das Lieblingsgeräusch des Lehrmeisters, bei dem ich vor 20 Jahren das Geräuschemachen mal gelernt habe. So haben die früher nämlich Meeresrauschen gemacht. Das sind zwei Schuhbürsten, beziehungsweise Kleiderbürsten und ein Kisten und dann... So ein bisschen der Rhythmus, je nachdem ob es Ostsee ist oder Mittelmeer, kommen die Wellen langsamer oder schneller. Da könnte man vielleicht noch ein paar Möwen dazu machen. Vielen Dank!